So, weiter geht's. FIFA 16, The Trotters, Karrieremodus mit den Bolton Wanderers. Und heute spielen wir gegen Rutherham United. Und ihr seht, ein bisschen was hat sich an der Elf verändert. Auf dem rechten Flügel spielt heute Femi, oder nee, Fan, Feney, wie man den ausspricht. Spielt Derek in der Innenverteidigung und Taylor. Hat einfach den Hintergrund, dass wir am Mittwoch Pokalspiel gegen Everton haben. Und da hätte ich halt gern schon meine besten Männer bereit. Und dass die da nicht ausgepowert sind. So, und jetzt habt ihr nochmal ein kurzes Wackelbildchen. Und das dürfte jetzt auch schnell vorbei sein, denn jetzt geht's direkt ins Spiel. Rutherham, wir haben auch nochmal... Wir haben ein Heimspiel. Und deswegen... Schöner Ball. So, nee, äh. So. Dann starten wir mal. Ich habe jetzt eben die ersten vier Folgen gerendert. Habe jetzt aber direkt Bock, noch weiterzumachen. Deswegen mache ich einfach weiter. Gucken, wie es so wird. Ja, lecky. Ja, erster Schuss. Camp im Tor von Rutherham United. Taylor. Christoph Kramer. Zu Feeney. Jawohl, geht am ersten vorbei. Feeney. Feeney. Flanke. Und da ist wieder Camp. Aber wäre ja abseits von Soriano gewesen. Oder von Sonny. Deswegen jetzt Freistoß. Haben wir den? Ne. Den haben wir nicht. Aber den haben wir. Feeney. Alter, der kann ja richtig gut tricksen hier. Feeney. Gefällt mir gerade richtig gut. Flanken kann er auch. Halbwegs in Ordnung. Soriano. Na ja. Das war nun wirklich eher eine Halbchance. Und jetzt Rutherham über Buxton. Mit dem Ball. Pisano. Kramer. Lecky. Flanke von Trotter ist abgefälscht. Und geklärt. Trope. Thrope. Buxton. Dwart. Nick Ward. Clark Hyrus. Derby. Was? Derby Shire. Jetzt haben wir die erste Chance. Und super noch. Und jetzt Matis Bolli. Leitet hier weiter. Richtung Feeney. Feeney. Bolli. Soriano. Nochmal nach oben. Der Schuss. Und da ist das 1 zu 0. Matthew Lecky. Die Nummer 10. Erste Saisontour vom Australier. Habe ich hier einfach mal gesweatet. Weil ich auf Nummer sicher gehen wollte. Dass der Ball auch reingeht. Damit wir die sichere Führung haben. Obwohl ich ihn auch mit Soriano einfach hätte reinmachen können. Aber man weiß ja nie. Bei FIFA 16. Ob der Torhüter da nicht nur einen Arm dran bekommt. Smallwood. Derbyshire. Und Thrope. Green zu White. Grün zu Weiß. Das ist ja auch geil. Und jetzt Bolli. Ach schade. Das hat Buxton geahnt. Buxton jetzt da. Bedrängt. Spielt den Querball. Rüber zu... Was war das? Musafata. Green. Clark Harris. Hammer. Jetzt haben wir ihn sicher. Feeney. Gefällt mir richtig gut. Spielt den schönen Ball Richtung Lecky. Lecky. Roulette am Gegner vorbei. Leitet jetzt hier weiter auf Leroy Sané. Der bringt die Flanke. Und da hinten kommt Feeney an. Aber leider tippt der Ball vor ihm auf. Ah, Green. Clark Harris. Diff Shire. Und Foul von Derek. Clark Harris führt ihn kurz aus. Und kein Problem für Black Man. weiter Ball nach vorne. Und eine schöne Ballerung von Soriano. Und ein schlechter Pass von Soriano. Und eine super Ballerung jetzt wieder. Trotter. Und jetzt. Matthew Lecky. Flanke kommt Richtung Leroy Sané. Aber da ist Camp. Da ist Camp. Derek. Pisano. Weiter zu Sané. Fehlpass. Aber Freistoß gehalten. Keine Ahnung. Versuchen wir einfach mal. Mit Soriano. Oh. Boah. Der wurde aber gefährlicher. Als ich das erwartet habe. Camp hat da gut aufgepasst. Da kann die Mauer springen. Der Ball ging an der Mauer vorbei. Aber ich glaube der wäre an die Latte gegangen. Gucken wir mal den Eckball an. Der ist gut. Derek. Ach. Rücklage. Da kannst du den halt mal auch. Ein bisschen verdatteln. Auf jeden Fall eine 1-0 Pausenführung. Gegen. Rotherham United. Finde den Namen voll cool. Rotherham. Oh. Soriano. Perfekte Ballerung. Gibt es direkt den Blitzstart in der zweiten Hälfte. Soriano. Ball in die Mitte. Aber da ist Sané. Hinter einem Abwehrspieler. Und deswegen kommt Camp. Ganz einfach an diesen Ball heran. Das war mein Handy. Sané. Verlitt den Ball. Green. Green setzt sich da durch. Ich liebe es Pressing zu spielen. Einfach die Abwehr unter Druck zu setzen. Immer anlaufen. Und dann können sie eigentlich nur noch hinten rum spielen. Und die müssen ja das Tor machen. Das heißt, irgendwann werden sie offen stehen. Und Lecky. Trotter. Ah. Hat der Gegner geahnt. Hat noch den Fuß reingestellt. Derek kriegt den Walder nicht. Smallwood. Und. Schön ausgetrickst. Muss ich ihm lassen. Und da geht es immer nur denselben Weg. Oh. Bugs mit der Flanke. Christoph Kramer. Und jetzt. In den Lauf. Von. Rini. Oder war es Fini? Egal. Auf jeden Fall. Hält er den Wal im Spiel. Bolli. Und das war ein bisschen sehr kompliziert gespielt. Christoph Kramer. Kramer. Sané mit dem Kopfball. Aber der ist kein Problem. Für Kemp. Throne. Derbshire. Hat den gerade durch die Beine gelassen. Der eine Spieler von Rotherham. Oh. Aber die E-Flanke kommt nicht an. So. Gleich ist wieder Hesky-Time. Der immer noch kein Tor geschossen hat. Ach. Da hat er mich ausgetrickst. Ho 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 ho. Uh. Gibt es noch mal da mit Wiederholungen? Ne. Schade. Alter. Das war ein Foul. Black Man. Super. Abwurf. Nicht so super. Oh. Da ist er ganz frei. Black Man hat den. Komm mal. Noch mal ein Abwurf. Der kommt an. Suriano. Kommt er da durch? Ne. Black Man. Black Man. Super. Oh. Black Man. Super. Riesenparade. Und jetzt kommt Hesky. Hesky. Und ich wechsle mal noch Sané aus, weil der vielleicht im nächsten Spiel spielt. Für ihn hier. So. Hesky! Was war das denn? Hesky! Nein, der wird kein Tor mehr schießen. Nie wieder in seiner Karriere. Das gibt's doch nicht. Ich glaub echt, EA hat was gegen den. Kann doch nicht sein, dass sie den so schlecht machen. Kramer. Wunderschöner Ball jetzt hier. Lecky. Bringt die Flank. Boah, da kann er es nicht halten! 2 zu 0. War das Christoph Kramer? Ich glaube schon. Christoph Kramer mit dem Hammer! Boom! Der Volley! Der Camp war noch dran. Aber bei der Power kann er das Ding nur ins Tor lenken. Christoph Kramer. Alle schießen gerade ihre Debüt-Tore. Sehr schön. Und jetzt ist Nachspielzeit. Und dann bin ich mal gespannt, wie es gleich gegen einen Premier League Verein geht wie Everton. Ob wir da gewinnen, weil es ist ein Pokalspiel. Und irgendeiner bei dem Muster gewinnen. Aber jetzt haben wir erstmal hier gewonnen. 2 zu 0 gegen Rotherham United. Schöner Sieg. Mal gucken, wie sieht es in der Tabelle aus. Ich habe ihn gesehen. Wolverham ist auf 1 gewesen. Gucken wir mal. Das ist jetzt erstmal egal. Jetzt ist Hall City auf 1. Die haben alle Spiele gewonnen. Aber wir sind auf 2 mit einem Unentschieden. Wir haben aber das bessere Torverhältnis. Ah ne. Hall, weil die ja 1 mehr geschossen haben. Jo. So, dann gucken wir mal. Ja, Training. Ja, Hesky. Hat aber irgendwann seinen Marktwert gesteigert. Plus 45. Trotz, dass sein Rating runtergegangen ist. Das musst du ihm lassen. Na gut, dann geht es erst im nächsten Spiel weiter. Im Capital One Cup gegen Everton. Bis dahin. Tschüss.